ARD Text im Auftrag von Funk Ich habe mir jetzt rausgelassen, da wird es jetzt in den Urlaub, da wird man jetzt richtig Auge und Feierpartys machen. Ihr fragt euch bestimmt, wie kriegt ihr denn die ganze Zeit diese ganzen schönen Bewegungen? Ist halt so, wenn man eine Steil-Ikone ist, kriegt man es halt gut hin. Ich habe mir auch einen Elektromotor zur Zeit geholt, damit es für die Umwelt auch passt. Stellt euch mal vor, in ein paar Jahren ist es halt einfach überall richtig heiß. Und dann habe ich... Ach, Scheiß drauf, das bringt euch nicht gesehen. Ich muss euch mal einen ganz kurzen Witz erzählen, den habe ich zwar selbst erfunden, aber er bringt mich jedes Mal wieder um, wenn ich ihn erzähle. Das sind drei Eidechsen. Also ich muss die Vorgeschichte erzählen. Eidechsen verlieren ja immer ihren Schwanz, wenn sie Angst haben. Das als Vorgeschichte. Das sind drei Eidechsen. Einer davon entschließt sich, dementsprechend alleine weiterzuziehen. Dann sagen die anderen zwei, wieso machst du das? Ich möchte alleine sein. Dann gehen die zwei anderen weiter. Sagt der eine von den zwei, ich möchte auch alleine weiterziehen. Dann sagt der Alleinige, gut, das... Also, um ehrlich zu sein, hätte ich das jetzt nicht erwartet, aber gut, wenn es ist, wenn ihr halt... Das muss ich jetzt schon lernen. Wenn ihr jetzt schon geht, dann müsst ihr ja schon was Wichtigeres haben. Und dann geht er alleine weiter und will dann sagen, du, ich würde mich dann ausklingen und merke, dass er alleine steht. Und verliert seinen Schwanz auch noch. Ja gut, er ist halt dann ja auch später nachgewachsen. Die anderen zwei hatten wir nie wieder gefunden. Und die Pointe ist halt, dass die beiden, alle beiden, momentan keinen Kontakt mehr haben zum Ersten. Ach, da kommt meine Familie. Ciao! Ciao!